So Leute, was geht hier beim 10. Part von Let's Play Together Q-Gold Und in diesem Part, also der letzte Part, werden wir diesen Lizardman, also diesen Bosskampf hier mal endlich schaffen Den wir schon seit, wie lange kämpfen? Seit dem 8. Part haben wir ihn versucht, 9. Part ist nicht gelungen Und jetzt werden wir ihn endlich schaffen Ja, ich hab dir ein paar Heeft-Tranks gemacht Nicht nur für mich, sondern auch für den Just-for-Pan Damit ich ihn auch nicht immer heben muss Los, wir schaffen ihn Immer wenn der angreift Roll dich weg Okay Ja, nee, für mich ist ja schon Komm, ich hab ihn gestanden Also wir haben ja gute 15 Minuten Zeit, ihn zu töten Also, das müsste schon hochkommen Eigentlich wollte ich dich nicht mehr heilen, aber nun ja Das ist es bis jetzt schwer zu treffen, wenn er sich bewegt Dann... Ich hab ihn auch gut hier Los, greif an, greif an Lauf weg, lauf weg So, ich hab ihn gestanden So, ich hab ihn gestunnt Lauf nicht zu den Fliegen Scheiße, ich hab die Fliegen gepullt Scheiße Egal, aber die sind zu stark Wow, lauf doch nicht zu mir Wenn er sich dreht Wenn er sich dreht Komm, wir schaffen das Der ist schon bald down Der ist schon bald down So, ich hab ihn gestunnt So, ich hab ihn gestunnt Oh, jetzt ticke ich aus Nein Komm, ich stun ihn So Lauter viele grüne Zahlen Boah, wenn wir ihn besiegt haben Dann sollten wir mindestens ein Level up sein Mindestens, wieviel der einsteckt Das ist der Horror Vor allem, worauf es sehr stolz wird, sind wir nur noch einmal gestorben Aber wer hat hier Ich muss mich mal mal angenreißen Oh Oh, das ist endlich nicht Das habe ich mich gehielt Ich wollte eigentlich dich hier Obwohl ich das nicht wollte Bäm 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 Komm, ich stun ihn Stun ihn Ja, der hat gerade ein paar Schläge geblockt Aber Warte, ich stun ihn So Lauf Lauf Stun ihn Wow Stun Lauf Und hielt dich Hielt dich voll Hielt dich voll Lauf Lauf Und hier sind wir Oder nein Und er ist schon okay Lauf Der epische Bossfight Das Finale Hast du keine Healdrakes mehr, oder was? Sag, wenn du keine Tränke mehr hast, dann werde ich dich nämlich healen Los, wir haben ihn bald geschafft Jetzt will er mich angreifen, oder was? Schau, du willst nicht gehen Jo, hast recht, ich auch Es wird ja bald dunkel, solange wir schon gegen den Boss hier kämpfen Alter, wir kämpfen schon sieben Minuten gegen den Boss Nein, nicht töten Hast du ihn getötet? Nein, er läuft hinter mir her Aber beeil dich Boah, ich nehme mich auf die XP, ey Da hat er mich mit einem Schlag drauf gehabt Boah, mich auch Alter Keine Ahnung, da hat er auf einmal so eine Powerattacke Okay, hast du ihn einmal erwischt? Na, nee Los, Stefan Jetzt hast du ihn einmal getroffen Boah, scheiße, ich habe nur Leben Behalte dich Behalte dich, scheiße, scheiße, scheiße Boah, wenn wir jetzt verlieren, du bist schuld Los, Attacke Nein, nein Boah Nein Ja, hast du überlebt? Ich weiß es nicht Es ist hart Wo best du? Ja, noch andere Richtung Änder die ist Boah, scheiße Alter Oh, ey Zieh das jetzt zu verüben ab, ey Behalte dich gleich an Den falschen Jetzt, jetzt, jetzt Oh, nein, 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 nein Die sind doch Boah, Mann Jetzt greift den Boss an Greift den Boss an Der lädt sich auf Jetzt haben wir die Möglichkeit Jawoll Sauber Sind wir Level ab oder nicht? Was? Nö Nur läpprige 30 XP Nur läpprige 30 XP Ja Scheiße Scheiße Wir waren hier fast 10 Minuten an dem Boss Scheiße Dafür hast du eine neue Rüstung bekommen Das ist das Geist gekommen Das kann man auch was geiles machen Lass dir Freude schießen Jo, stimmt, ist ja die letzte Folge Für mich hier sind wir mit der Verwand Hätten wir Deckengas Jo Sollen wir ein bisschen quatschen Ich meine ja nur, wir haben noch so um die 5 Minuten Komm Wir setzen uns hier ins Lagerfeuer Ach was So Leute So Leute Dankeschön, dass ihr Die 10 Folgen Let's Play Together Cube World Mit dabei wart Das war von schläftig Ich schlafe jetzt auch mal Die Bunde Lol, wie das aussieht Und die Wir sehen uns im Single Player wieder Ja, lass uns doch irgendwas machen Lass uns irgendwo draufklettern und drunter springen und sterben So Das war dann unsere Geschichte Wir sind jetzt noch so, dass ich meine Ja, aber Egal Heutzweiter muss aufladen Woh Komm, 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 ich hab das Ich hab das Jawohl Ja Boa, guck dir mal den Himmel an So richtig Pink Komm, wir machen mal das Licht aus Lass sie springen? Moment, noch nicht Es soll noch bisschen James Bond artiger sein Oder? Das ist ne Bombefall, ist klar Bere, bere, bere Au Ich hab überlebt Da ist das Lass uns mal stehen Ja, ja, ja Das war immer noch mal die Leiden Musstum Ich lebe noch, ich hab noch in der letzten Sekunde mein Schild angemacht Prozent und von vier Bomben ja sie ist so wie nützlich das Schilder sein wieso heilig dicht die ganze die will mich heilen wir haben danke 8 Jahr zehn Folgen gehen doch so schnell vorbei das ist ein Wettbewerb machen das ist ein Wettbewerb machen wer zu allererst wartet wenn man hier dort beim Lagerfeuer dort hinten wo wir gerade waren wer zuerst auf den Berg kommt okay der Akkeneffekt in drei und zwei und nun war klar der Aufnahme mit der hochkante scheiße nein erster hat die das kugel Projekt okay wollen wir noch irgendwas machen naja die Händler hätte anders können pet meinen oder nehmen mitnehmen ausprobieren in der Nähe hättest du es lächelig hättest und nachher zu den Prozent namen wie hieß die Eule bei Winnie ja mein pet heißt jetzt verfahren ja okay so ich guck jetzt mal hier auf die uhr und wir haben noch 7 6 4 3 2 1 natürlich so leute das war es mit dem cube world let's play together ich danke euch vielmals dass sie zugeschaut habt und ja ich danke auch dem das verfahren dass er auch mitgemacht oder mitgemacht hat dann fühle ja manchmal der licht aus manchmal dein licht aus und ja leute schau